So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Hier seht ihr ein Parfi, das passt jetzt gerade gar nicht hier rein, aber ihr seht auf der anderen Seite ein Groudon aus Suhl, Thüringen, Deutschland. Ich will nämlich ganz kurz noch meinen Spezialtausch für heute machen, ich habe noch gar keinen gemacht. Ich habe mir auf dem Samyang Bulldog Account jetzt ein Groudon auf Level 40 gepusht. Das ist von 2017, 17.12.2017 und ich war mir ganz sicher, dass das lucky wird, auch wenn ich keinen Glücksfreund hatte. Denn heute war der Raid Day mit Proto-Kiogre. Ich möchte auch gleich die Prodomorphose noch durchführen auf dem Habanero Account. Jetzt wollte ich schon mal in Vorbereitung auf den Groudon Raid Day mir noch ein nützliches, gutes Groudon organisieren. Am besten schon auf Level 40 mit recht gutem IV, wo ich dann auch die Prodomorphose durchführen kann. 4.059, ich bewerte das mal kurz, wir gucken es uns an. Es hat drei Sterne, es hat 13, 14, 13. Ist ja eigentlich recht gut und vor allem, weil es schon Level 40 ist, aber reicht mir leider nicht. Jetzt habe ich bis Samstag Zeit ein gutes Groudon zu bekommen, vielleicht von einem Glücksfreund aus einem Glückstausch, wo ich selber vielleicht dann Sonderbonbons reinstecke, dass das eben gut wird. So, aber egal, es ist alles gerade ein bisschen durcheinander. Heute also war der Kiyogre, Proto-Kiogre Raid Day. Es war eine riesen Überraschung, denn ich habe die ganze Zeit Bammel gehabt, wie soll das überhaupt werden? Das Ding ist mega schwer zu besiegen, wie soll ich das schaffen? Ich bin doch alleine, wenn ich mit Pupsi hier Spaziergang laufe, mit zwei Accounts, wir schaffen das nicht. Selbst wenn ich mit zwei Accounts, sie mit zwei Accounts, wir sind vier. Das wird eine harte Nuss im Chat, im Stream. Es ist das bestimmte Durcheinander, wir haben die Raid Days ja sonst immer so gemacht, dass wir eine Stunde hier spazieren gegangen sind, die freien Raid Pässe weggemacht haben und die acht Zusatzpässe vom Ticket habe ich dann in der Raid Gruppe weggemacht, was man nicht gesehen hat. Also man nicht wusste, gab es einen Shiny, gab es einen Hunderter, gab es ein Gutes, gab es sonst was. Heute hat es mit dem Stream so gut funktioniert und so viel Spaß gemacht, dass wir nach der Stunde einfach den Stream weitergeführt haben, nicht in die Raid Gruppe gewechselt sind, weitergelaufen sind und gefühlt zweieinhalb Stunden lang dann geradet haben, bis alle 15 Raids durch waren. Dann waren die Ticket Pässe weg, dann waren die freien Pässe weg, nicht 14, sondern 15, weil man momentan ja zwei freie Pässe sowieso hat, plus die fünf zusätzlichen, plus die acht von dem Ticket. Und da möchte ich euch ja zeigen, wie es bei uns aussah, was wir da gemacht haben, aber erst nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den Silvio Scheinux, der extra angefahren kam, über 200 Kilometer, um dabei zu sein, um mich zu unterstützen, um gemeinsam zu spielen. Der kam ja schon am Samstag, weil er ja auch den Community Day mit Flamjau gemeinsam spielen mochte, hat auch nur gemeint, er bringt zwei Kollegen mit, das war aber auch niemand von ihm, das waren auch nur Leute aus der Community, die auch meine Videos gucken, hat sich rausgestellt. Und dann sind das auch noch Leute, die man schon kannte und die ich auch schon auf dem Go-Fest getroffen habe, die auch zu meinem Geburtstag schon da waren, beim großen Community-Biwak. Da war es der Stefan Landei mit seiner Frau und die kam zu dritt und wir haben den C-Day gestern gespielt und wir haben heute den Raid-Day gespielt und es war wirklich genial. Ich hatte so ein tolles Feeling dabei, was ich die letzten 30 C-Days nicht hatte, die letzten Raid-Days nicht hatte. Es war super, es hat super funktioniert mit dem Kinderwagen, mit dem Stream, mit dem Handy, mit den Raids, mit dem Spaß, mit dem Fang, mit allem drum und dran. Dann, danach gab es auch immer noch Essen, wir sind dann immer noch Essen gegangen, beim Italiener gestern, heute auch wieder beim Italiener, aber bei einem anderen. Und so waren das zwei super, geniale Tage. So, ich habe das jetzt hier fertig. Achso, Showcase kann ich auch noch abholen. Ich drücke mal hier drauf. Dreimal Platz 1, das schmeckt, den nehmen wir auch noch hier mit. Da gibt es noch Rauch, Gletschermodule, Sternstücke, Moosmodul, Regenmodul, Magnetmodule, nochmal 30.000 EP. oben drauf. So, was ich gleich vorweg sagen kann, wenn wir mal eingeben, Alter Null und Kyogre, dann seht ihr, ich habe da wirklich 15 Kyogre gemacht. Die sind alle von heute und man kann jeden einzelnen Kyogre im Stream nachvollziehen, von 14 bis 16, 30 oder so, haben wir also gestreamt, waren unterwegs, haben so viele Leute mitgemacht. Der Stream kam auch richtig gut an und ich hatte dann keinen Stress mehr mit nochmal reden, posten und machen und tun in der Raid-Gruppe. Wir haben das einfach so weggemacht. Die 15 Raids waren genial. Mir ist kein einziges geflohen. Bei einem bin ich zum Last Ball gekommen. Es war knifflig. Wir haben dann schön gecurved gemacht. Es hat auch wieder funktioniert. Jedes einzelne Kyogre konnte man also im Stream sehen. Was aber auffällt direkt im ersten Moment, da ist kein Shiny dabei. Silvio hatte zwei Shinies. Die anderen hatten zwei, drei Shinies. Jeder hat gefühlt ein Shiny bekommen. Sandra hat zwischendurch auch mal mit dem Samyang Bulldog Account zwei, drei Raids gemacht. Selbst der hat ein Shiny bekommen. Ich habe kein einziges Shiny bekommen, aber ist mir auch komplett Pups. Es hat Spaß gemacht, zusammen zu spielen, zusammen zu raiden. Der Maid hatte seine Shinies, der hatte seine Glücks-Shinies. Ich finde dieses Rosane von Kyogre sowieso ein bisschen pervers. Mir ging es nur darum, ein bisschen Mega-Energie zu sammeln, meine Pässe wegzukriegen. Denn das Raid-Day-Ticket habe ich ja von Sarina von Blood and Tears geschenkt bekommen. Deswegen war es meine Pflicht, die Pässe alle zu verbrauchen. Jetzt habe ich hier also meine Kyogre gehabt und kann euch auch noch mal zeigen, laut dem Funddatum. Das war das Erste, was wir gemacht haben. 23,13. Ich werde jetzt die Bewertung hier mal zeigen. Da seht ihr dann auch, was das Beste war. 23,13. Hier drei Sterne. Das war okay. Nochmal 23,28. Ihr wisst, 23,51 ist der 100er Wert. Dann habe ich hier einen Zweier gehabt. Hier nochmal einen Dreier im Treppchen. 2-Sterne, 2-Sterne, 2-Sterne. 23,22. Auch wieder Treppchen, aber wieder groß. Nochmal drei Sterne. Hier wieder drei Sterne. Drei Sterne mit 15 Angriff. Sehe ich ja immer gern, wenn man was 15 Angriff hat. Nochmal drei. Nochmal drei. Nochmal drei. Obwohl der schon unter 23 ist. Wieder drei Sterne. Das ist auch das Schwerste und Größte, was ich habe. Wenn wir es jetzt mal rumdrehen. Nach WP sortiert ist das Beste vom heutigen Tag. Also dieses gewesen mit 23,28. Im Stream haben sich viele bedankt. Die auch gesagt haben, sie haben ein Shiny bekommen. Aus der Einladung. Super genial. War sogar ein 98er Shiny, glaube ich, dabei. Bei allem. Und ja, ich hoffe, viele Leute schicken dann ihre Sachen auch wieder für Raider Mittwoch rein. Und was ich momentan ja versuche, meine Sonderbonbons, die ich habe, wollte ich ja in Kyokre stecken. Aber in das Krypto Kyokre. Denn das hat keine Megaentwicklung. Das möchte ich aber mal auf Level 40 ziehen. Das war jetzt nicht so gut, aber ich habe dieses ein und das möchte ich trotzdem auf Level 40 ziehen. Das ist ein Ziel von mir mit zwei Sternen. Und was ich dann aber hier habe, da habe ich auch mir in einem garantierten Glückstausch ein Kyokre rübergetauscht. Auf Level 40. Also das wurde erst auf Level 40 gezogen und dann im Glückstausch rübergegeben. Vom Pokémon Go Fest, Tag 2. Raids war das hier vom Mäusekind. Das ist auch schon ewig alt. Und das ist richtig gut geworden. Wenn man das nämlich bewertet, sieht man, das ist ein 96er. Das hat 15 Angriff, 15 Verteidigung, 13 KP. Das ist ein Traum. Ich habe also heute nicht mal ein gutes kriegen müssen. Habe ich auch nicht bekommen. Aber ich hatte das ja schon. Und mit der Proto-Energie, die ich bekommen habe heute, möchte ich natürlich dieses entwickeln. Auf Level 40 ist das Ding. Wir werden jetzt hier die Proto-Morphose durchführen. Und haben dann einen guten Angreifer gegen Groudon, der dann in dem nächsten Raid-Day, nächsten Samstag da ist. Wenn das hier auf Level 50 ist oder so, dann kommt das hier auf 6.000, 7.000, was weiß ich. Wir sind jetzt hier gerade mal bei 5.800. Das ist okay. Das geht noch mehr. Haben wir mit Kaskade Hydro-Pumpe. Können wir noch Surfer draus machen vielleicht. Oder was meint ihr? Das werde ich jetzt jeden Tag ein bisschen mal entwickeln, glaube ich. Aber mir aufheben, dass ich mit dem Teil dann gegen Proto-Groudon vorgehe. Und ich habe auch nur dieses eine Kyogre aufgehoben gehabt. Aus einem Glückstausch, damit ich das nicht verwechsel und das entwickle. Plus eben das Krypto, was ich mal auf 40 machen will. Und bei Groudon sieht die Lage halt schon wieder anders aus. Wir kriegen ja bald Krypto-Groudon hier rein. Aber wenn ihr hier mal seht, das ist Level 40, das ist Level 40, das ist Level 40, das ist Level 40. Aber ich bin noch unzufrieden, denn wenn ich die bewerte, das haben wir ja eben aus dem Lucky Trade bekommen. Ist zwar 3 Sterne, das ist aber auch 3 Sterne. Das sieht fast genauso aus. Das ist 3 Sterne. Das hat auch 2 Werte auf 15, aber nicht den Angriffswert. Das ist das Schlechteste, aber hat auch 3 Sterne. Das heißt, ich möchte bis zum Proto-Groudon-Raid-Day noch ein vernünftiges Groudon mit mindestens 15 Angriff von den IV her haben. Das muss nicht auf Level 40 sein. Ich werde jetzt von Ur-Palkia weg und die Lucky Trades mit Groudon machen. Eine Woche lang bis zum Samstag mit meinen Glücksfreunden, damit ich ein vernünftiges Exemplar habe, wo ich dann auch die Proto-Energie nutzen kann, um das hochzuziehen. Und mit allen Sonderbonbons, die ich aus irgendwelchen anderen Raids irgendwann kriege, werde ich das auch auf Level 40 machen. Level 50 ist halt nicht mehr da. Die Mühe machst du dir nicht mal Free-to-Play, aber Level 40 muss auf jeden Fall drin sein. Bis jetzt habe ich also noch nichts. Vielleicht gibt es auch in den Raids ein richtig gutes. Vielleicht kriege ich auch, wenn ich dann Proto-Groudon-Raide, sogar einen 690er mit 15 Angriff direkt. Und dann würde ich das auch maxen. Ich hoffe, bei Proto-Groudon oder Groudon allgemein kriege ich aber einen Shiny, weil das ist ja mein Lieblings-Legendäres, mein Lieblings-Shiny auch insgesamt im Spiel. Mega cooles Pokémon, lässt sich auch viel besser fangen als Kyogre. Ansonsten nochmal vielen Dank an Shineux, an Silvio, an Stefan, an Landei, an Frau Landei, an Pupsi natürlich auch, an Jonas, an alles. Es war wirklich genial, es hat Spaß gemacht, das ganze Wochenende. Danke an jeden, der mitgemacht hat im Stream, an jeden, der vor Ort unterstützt hat. Ich habe NetGhost da gesehen, Linus da gesehen, Pfirsich war am Start, die Sarina, die Genaya hat da mal mit. Ich wusste gar nicht, was ist. Manchmal war die Lobby voll mit 20 Mann, das ging so schnell. Du konntest gar keinen einladen, dann hast du da andere Leute getroffen auch, die da rumgerannt sind. Dann hast du eine andere Gruppe getroffen. Da sind die sich ins Gehege so ein bisschen gekommen. Ich weiß nicht, bei Groudon wird das sicherlich nicht mehr so krass sein. Aber vielleicht machen wir es auch so, falls es wieder ein Raid-Ticket für mich gibt und ich wieder 15 Pässe habe, dass ich wieder die vollen zwei Stunden streame und wir wieder ab dem Volkshaus loslaufen und dann zusammen versuchen, das zu machen. Leider dann ohne Silvio, ohne Scheinuchs, ohne Stefan, ohne Landei, ohne Landfrau, halt dann mit Pupsi und mir. Da müssen wir gucken, wie wir das machen. Aber ich habe jetzt Bock, dass wir das nochmal mit dem Raid-Day irgendwo so hinkriegen. Normal wäre das Video jetzt auch am Sonntagabend gekommen noch, beziehungsweise 17, 18 Uhr. Aber ich komme jetzt erst dazu, das aufzunehmen, weil Silvio war auch noch bis 19.30 Uhr da, ist dann jetzt erst heimgefahren, fährt auch wieder zweieinhalb Stunden nach Hause. Und danke nochmal für alles. Danke für dieses tolle Wochenende, dieses tolle Erlebnis. Deswegen macht das eben auch Bock, das zu spielen, mal ein Bierchen zusammen zu trinken. Wir haben auch abends Wrestling hier noch geguckt, haben Karamellwodka getrunken. Es gab leckerer Pizza, es gab scharfes Essen, es gab richtig tolle Momente. Danke Silvio, danke an den Rest und ich hoffe, bei Proto Groudon wird es wieder ein paar Leute geben, die sagen, wir wollen die 15 Raids vor Ort mitmachen. Wir sind dabei, wir rocken das Ding zusammen, das hat so gut funktioniert heute. Ich hoffe, es ist keiner auf der Strecke geblieben und dass wir das Ganze dann nächste Woche Samstag nochmal machen, nochmal wiederholen und Groudon den Arsch aufreißen. Und dann hoffentlich auch ein Shiny dabei ist. Und bis dahin versuche ich jetzt also ein gutes Groudon zu bekommen, entweder auf Level 40 oder halt nicht auf Level 40, aber trotzdem mit mindestens 15 IV Angriff. Das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wie war eure Ausbeute? Schreibt es mal rein. Wie viele Raids habt ihr gemacht? Habt ihr alle gefangen? 15 von 15 gefangen. Das war richtig cool. Kein Shiny dabei, ein recht gutes, aber ich habe jetzt meine Prodomorphose mit dem 96er gemacht. Ciao.